Katzlei Kochshow wird gesponsert von peach.ch Mit Druckerfarben kräftig sparen So, heute haben wir Kochshow Nr. 101 mit Christophe, Gucco und Saskia, gell? Genau, Saskia hat man schon mal dritten. Man sieht den Leuten in wunderschönen Rücken, aber auch ein schöner Rücken kann entzicken. Wir machen heute ein bisschen, so wie es kochtuell, also nicht wirklich, aber wir machen heute Lasagne. Und zwar machen wir zwei verschiedene Lasagne, gell? Also du machst eigentlich Bolognese Lasagne und Saskia macht vegetarische Lasagne, die aber auch Bolognese sind oder nicht? Kein Bolognese. Also komplett, du machst komplett vegetarisch. Genau, nur mit Pechamel Sosa. Also nicht vegan in dem Fall, aber vegetarisch. Genau. So, dann schauen wir mal, wenn ich dann besser schmecke. Ich schmecke jetzt auch verschieden. Also gut, jetzt, ihr schafft aber, das ist ja nicht wirklich duell, ihr schafft auch nicht zusammen. Also gut, jetzt machst du zuerst mal ein Fetten, ein Buttern der Backformen, genau. Das ist sehr spannend. Jetzt will ich euch was erzählen, du hast ja schon ein bisschen was vorbereitet, gell? Ja. Das ist, weil sonst die Kochstatt zu Lamporio. Und zwar da, das oben, das ist scheisse. Ja, Vorsicht. Hier habe ich Bolognese schon am Kochen. Ja. Heute haben wir ein bisschen Zeitdruck. Ja. Die ist jetzt schon, wie lange bist du schon am Einköchen? Ab zwei Stunden oder so? Ja, über zwei Stunden. Okay, und das braucht noch mal zwei Stunden ungefähr? Nein, 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 das braucht etwa anderthalb Stunden. Ah, und das soll sich ja reduzieren. Das sollte immer weniger Flüssigkeit haben und ein bisschen mehr Geschmack haben. Ja, genau. Was ist da alles drin? Bolognese, Rühpli, Tomaten? Ja, also Tomaten, Rühpli, Zwiebeln und Hackfleisch. Gemischt. Okay, gemischt, gut. Gemischt, also heisst Rindenschwein? Ja. Gut. Und den Deckel wieder drauf, gell? Genau. Damit das in Ruhe weiterkriechen kann, haben wir zuerst ein Foto verbrennt in der Festung. Dann haben wir mich dran. Okay. Nein, 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 ich kann es nicht sein. Oh, fast. So, okay. Also, jetzt tun wir noch einfetten. Müllen wir den Ofen schon anheizen oder können wir noch warten? Nein, im Moment können wir noch warten. Dann warten wir noch. Okay. Gut, wollen wir sonst noch alles. Das wäre dann die, äh, praktisch die, äh, äh, lasagne. Lasagneplatten, oder? Dann haben wir dann gewisse Gewürze, äh, viele frische Gemüse. Und, ähm, ja, sagst du, kannst du auch mal erzählen? Darfst du gerne erzählen. Also, ich erzähle dich und du korrigierst mich. Genau. Also, du hast jetzt hier Zucchetti. Mhm. Und Rühpli. Und die tust du jetzt erstmal kleiner, oder? Genau. Und dann noch den Brokkoli und den Lauch. Brokkoli und Günther Lauch. Und, äh, dann tust du das wahrscheinlich wieder kochen, dass es weich wird. Genau. Ich tue es dann da rein, mit ein bisschen Bouillon, damit es auch ein bisschen geschmeckt hat. Ja. Dann ist es noch ein bisschen weicher für den Ofen. Wunderbar. Dann lass ich dich mal wieder schaffen, oder? Und so, du wolltest noch ein bisschen... Nein, ob du es vergisst? Oh nein. Ja. Sehr schön. Ah. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal... Also, Rufi, willst du gerade noch einen Schluss erzählen? Also, einen Mini-Brainer? Nein, noch einen Cut. Aha. Dann machen wir mal einen Cut und dann geht's weiter, gell? Ja. So, jetzt geht's weiter. Also, jetzt hättest du praktisch die Sachen, Saskia. Schon mal variierter, gell? Genau. Gut. Kommt alles gleichzeitig jeweils ungefähr gleich am Ruf, gell? Gut. Jetzt kommt der Dröbel, gell? Und der Cookie hat irgendwie Pause gemacht. Ja. Und, ähm, ja... Wir hatten eigentlich noch nie zwei Köche gleichzeitig. Ja. Und das ist doch super, der hat mich jetzt eigentlich geplant, muss ich sagen, als 100er-Kochshow. Das Kochshow. Und weil gestern hatte ich so viele Programme, und dann hat der Cookie gefunden, jetzt machen wir noch eine Cordon Bleu-Kochshow. Und er hat gesagt, dann machen wir noch Cordon Bleu-Kochshow. Und wir haben überlegt, ob wir das Cordon Bleu-Special nennen, damit es nicht in die offizielle Liste kommt, oder? Und schlussendlich haben wir dann gesagt, jetzt machen wir einfach normal die Reihenfolgsgescheiße wieder, wir sind blöd und dann alles verwechselt, und dann ist es halt wieder unter 1, dann kommt der Mikros zu verarbeiten. Und im 111 machen wir dann einen riesen Special, oder sonst machen wir 150, oder du siehst, du kochst aber immer, wenn sie dann gestorben sind, kochen sie noch heute. Und ja. Das ist sehr gut. So, jetzt sind wir dann eigentlich mit der Rüeblei, also sie machst du noch kleiner, oder lässt du sie gerade so? Nein, ich mache sie noch ein Stückchen. Ein Stückchen? Ja. Ja, und dann noch einmal erzählen, heute haben wir wieder einen guten Kameramann, das ist nämlich die Ico, mit den Cookie, sondern es ist der Kevin Schwarz. Und der hat wieder Neurig, hat er bei uns eingeführt, das sieht man in der Cordon Bleu-Kochshow-Nummer 90, glaube ich, das erste Mal. Er hat neue Kameratelekom gegeben, so ein Kameraarm, wo er Einflügel hat und so, den kommt das von oben. Eigentlich ist es so etwas ganz anderes, als ob sie nicht waren. Und diese kleine Brexley verorten. Ich habe sie, glaube ich, zuletzt mal verorten. Und wenn wir halt wieder alte Kochschau machen, gell, Mininski. Und, also nicht im 1999, sondern Kochschau Nummer 99, oder wenn ich gerade Wexley aufhören, bietet man alles auf YouTube. Cube. So, jetzt, weiss ich gar nicht, wie ich noch erzählen soll, und machen wir mal einen Break, gell? Will da auch bei dir dazulagen, wie die ganze Rührte schnell fließt? Nein, nein. Ja. Steht doch. Oh nein, das ist egal, was ich mache. Der Hund ist, so ein imaginärer Hund. So, machen wir einen Break und wir sehen uns gleich noch. So. Ah, jetzt sind Rühmli und Zucchetti sind drin. Jetzt kommt was noch an? Der Brocoli. Der Brocoli. Der kommt in den Topf, oder? Und jetzt, äh, hast du noch von erzählen, also du hast jetzt viel mehr Geschmack, ich glaube, du hast schon erzählt, jemand hat gesagt, du hast nicht erzählt, du hast nämlich gesagt, für mehr Geschmack gibt es Brühne drin. Ich habe es nämlich gehört. Doch, das hättest du schon erzählt. Doch, doch. Und dann nachher brauchen wir noch Bechamel Sauce, die brauchen wir für Bally-Lasagne-Mücher an. Genau. Und, äh, dann schauen wir mal, wie man das macht. Also, der Gucki hat behauptet, der weiß, wie es geht. Du weißt auch, wie es geht. Genau. Wir können auch zwei verschiedene machen, nur wer die besser ist, aber, äh, das machen wir alles noch. So, jetzt sieht es schon gleich mal aus. Jetzt müssen wir noch etwas durchmischen, bis sie sind. Ah, wir müssen noch ein bisschen Wasser abschöpfen, das ist schön. Die riecht jetzt ein bisschen voll, dann ja. Ja, ja. Wir haben ja eigentlich so eine gute Gräse und Führung feststellen, wo wir es suchen. Ja, mit dem Glas, das ist schön. Ja, das ist schön. Die Methode kommt so. Also, es droht zu überlaufen, ja. Eine Sisi-Puße arbeiten, Ah, nein. Das ist schön. Genau. Es wird sich, es wird sich, praktisch, selber lösen, das Problem. Ja, 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 so, das ist der Lauch, jetzt kommt der Lauch, das ist der Grosse Lauch, das ist aber aus der gleichen Familie Schins. Genau, ja. Du meinst, ein Stichlauch, das ist der Grosse, Das ist der Grosse, ja. Ja, 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 das ist der Grosse, ja, 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 so, dann wird es gut. So, zwei am Platz zum. Ja. Ja, das ist jetzt auch mal gesund, mit dem ganzen Zeug. So, Okay, jetzt machen wir mal einen Break und bis später. So, wir sind wieder On Air und äh, Gucki, was hast du gemacht? Wasser abgeschüttet, oder? Ja. Sehr gut, das schmeckt schon sehr fein, ein bisschen nach Bouillon. Und jetzt bräuchst du mir dann langsam die Möste. Wir müssen mal anfangen mit der Produktion der Béchamel-Sauce. Ja, mach ich auch. Machst du das gerade? Schön. Soll ich mal. Ah, das schmeckt jetzt so. Ja. Wie viel hat denn Béchamel-Sauce? Das ist ja interessant. Kannst du mir sagen Milch, oder? Milch? Eliel, kannst du Milch geben? Nein. Okay. Es ist ja kein Stier, oder? Ja, vielleicht ja. Milch-Drink. Wie schön. Danke. Also. Ich tue zuerst eine... Tumor-Ulof, oder? Ja, genau. Ja. Butter verschmerzen. Ja. Und... Tumor-Ulof. Ja. Und... Tumor-Ulof. 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 Also, erzähl mal, wohin sind bis jetzt. Votro. Ja. Und jetzt kommt Weiss mehr dazu. Abgesehen? Wenn es sich schon so gut gibt... ...eine Trinkbeier... ...wieso? Ja, du bist schon von Boruch Müller und zu wissen, wie es geht. Eigentlich schon. Wie man meinen? Also, ich bin... ...mit mehr weisen, wenn ich mich nicht hat... ...das ist ja... ...fugst du auch ein bisschen anderes? ...mit mehr als ich kann. Dann haben wir hier, äh... Wieso heisst es eigentlich Milchdrink? Haben wir gefragt. Das ist eigentlich Milch! Normale Milchdrink, dass man es direkt trinken kann? Keine Ahnung. Ich bin drückend, aber Milch. Ah, Milch ist Milch, ja. Normales. Da hat man es gesiebert... Ja. Jetzt das hier? Nein, 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 nein. Jetzt tun wir noch ein paar Dusche zu machen. Ja, das haben wir gemacht. Also, wir haben auch eine Stelle für das Nümi. Ja. Gut. So, wir schauen. Und Schneewiesen? Oh, da hast du Knochen. Sehr gut. Ich habe schon gebraucht. Ja. Ah. Ja. Ich glaube, dass es passt. Okay. Ja. Ich habe vorher eine Kochshow und kann langsam zurückkriegen. Ich kann wundern, wenn jeder Abend Kochschau mal einen Anzug nehmen würde. Ja. Elie ist schon von dort abgenommen. Ja. Weil er immer bei der Hartmannschaft oder ... Ja, ja. Heute hat er bei meinen Eltern im Garten gearbeitet. Ja. Das war zu dir. Ja, das war scheißig. Elie sei fleißig gewesen, wenn ich gehört habe. Kann man so Abend in den Büros arbeiten? Ja, Elie, da waren wir auch. Schon recht. Du wirst schon, wenn er das macht. Ich habe heute auch gearbeitet. Ich habe es gehört. Du warst in den Marokko. Ja. Und auch geschäftlich. Mit dem Laptop. Ja. Mit dem Laptop. Ja. Ja. Dann habe ich noch im Laloca gearbeitet. Ja. Die ist ja heute Hochzeitsgruppe 70. Genau. Aber sie hat dann gesagt, nachher dürfen wir kommen. Du hast ja heute praktisch einen gewissen Freipass verdient. Ja. Mit dem Schaffen. Ja. Du darfst heute Abend dort kostenfreie Getränke konsumieren. Ja, also das ist schon so. Ja, hoffentlich auch. Also ja. Ja. Eine Hand wäscht die andere Sacken. Ja. Da rühre ich ganz schnell meine Bolognese nochmal um. Ja. Und die habe ich vorher übrigens probiert. Die ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Ah, jetzt rückwärts. Ja. Also jetzt muss ich schon warten. Nein, du musst nicht mehr warten. Ja, ja. Kannst du dich ein wenig reduzieren bitte? Auf wie viel? Äh, gerade auf 5. Ja, noch nicht gemacht. Nein, ich muss nicht. Ich bin weiser Voraussicht. Das ist wie bei Star Trek Nemesis. Da hat Captain Picard gesagt zum Jörgner Forge, Werfen Sie vielleicht nochmal diesen Mordperl raus. Und das ist schon geschehen. Er hat schon Befehl von seinem Käpt'n, der man sieben Jahre lang tätig hat. Er hat schon gewiss, doch. Ist schon draußen. Genau. Also ich meine, wenn man ein wenig mehr Päscher machen will, mit zwei Glas an. Ja, klar. Ich erzähle mir auch. Jurisch kann man nicht kurz rechnen, aber eins. Ja. Zwei. Ja, nicht alle wie hingefettet. Nein, das sehen wir. Es gibt ja wieder Pügel zum Reinigen. Achtung. Achtung los. Jetzt nehmen wir nach Butter vom Herd. Ja. Also, und jetzt nehme ich den Schwingbesser für ihn an. Ja, du hast ja auch gesagt. Das stelle ich schon einmal ab. Ja, komm, 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 wir machen jetzt ab. Ich muss nur hier schnell auf 5. Das ist schon meine Pollenäse. Ah, die muss natürlich doch auf 4. Also, die Butter, die ich abgesäubt habe, Dann gehe ich ganz langsam rein. Und in der Zeit, in der ich es rein träufeln lasse, dann gehe ich auch anders. Genau. Da muss ich unbedingt alles umrühren, oder? Da war ich auch viel der Fehler, wenn das Mehl nicht abgesäubt wird, gibt es mega Klumpen. Ja. 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 Nein, das ist schön crämig. Ja. Es sieht aus wie Honig, praktisch. Ja. Und jetzt, dass es wirklich einen schönen Geschmack gibt, das habe ich letztes Mal gesehen, das haben wir schon einmal ausprobiert, bei einer Lasagne. Da habe ich Zwiebeln reingeschnapselt. Ah. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Machst du so eine Reppette? Ja. Gut, jetzt machen wir einfach mal schauen, gehst du noch heisserer, dann machen wir das bitte wieder drauf, sonst schmilzt du das. Ja, schon mal. Ja. Wir haben alle Katastrophen schon hinter uns. Katastrophen. Ja, schau, da ist schon gebrannt. Ja, es hat schon alles 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 gebrannt. Passt einmal. Da hast du deinen ... Flambiert, meinst du? Ja, da hast du ihn fast richtig abgefackelt. Weißt du noch? Die sind jetzt noch ein bisschen Watt drin, die sind eigentlich nicht gebrannt. Ja, aber der war harmlos. Da habe ich ihn ganz schnell weggezogen. Das ist alles harmlos. Ey, aber es ist aber eine geile, legendäre Kochschosse. Ja, die sind schon geführend. Die hat nicht die Spiesschenflampe irgendwie. Ja, ich habe den Spiesschenflampe. Mit 100% im Alkohol, der am nächsten Tag gebrannt hat. War immer der, der nachher ... Also, ich habe mich nicht gesagt. Dich auf MS. MS? Ja. Er liebt Chaos. Kein Name. Du weisst ja, oder? Ja, ich weiss ja. Ich weiss es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich weiss es nicht. RL. Ich weiss, was wir noch hatten. Spiesschenflampe. Es könnte auch sein, dass E.S. es benutzte, um gewisse ... ... äh 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 ... Ich weiss nicht genau, was es war. Ich weiss ja immer, wie ich das Parfum genutzt hätte. Ich weiss nicht. Ja, das ist viel. Also. Zwei Zwiebeln rein. Jetzt kommt der Milchtrink. Jetzt kommt der Milch rein. Jetzt kommt die Milch rein. Und das ist schon die Bechamelsoße? Ja, ja. Oh nein. Das wäre die letzte Milch einfach öfters. Ja, Milch habe ich extra noch eine gekauft. Wie sollte sie? Im Köschert. Das war doch für mich. Jetzt tue ich die wieder auf den Herd. Aber ... ... wirklich ... Ja. Wir haben alle viel besser in Milch. Ja. Ja. Heidi. Heidi. Schau, Eliel am Milch trinken da. Megaherzig. Ein kleiner Buben. Genau, herzig. Er hat noch eine Zauberge. Er hat noch ein bisschen zu viel Milch trinken. Dann geht es ins Robben. Glaubst du an die Geschichte? Wo ist es? Erstens sollte kein Zauberge haben. Zweitens geht es lochend weg mit Milch. Auch wenn Milch gut ist, wird das. Das geht alles so. Jetzt einfach ständig umrühren, oder? Der Zettel. Hey, kannst du auch schon kommen? Ich kann schon zeigen, dass du da bist. So, jetzt. So, jetzt habe ich noch einen speziellen Gast. Mein Lieblingsgast. Mein Lieblingsgast. Sieg Kaj. Sieg Kaj. Hey, das ist gut. So, jetzt ist es ein bisschen Schütze. Ja, ja, ja. Dann hast du aufpassen, dass du schon so gesperrt. Ja, genau. Also, Sigrid Kajs. Ja, genau. Sigrid. 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 Sigrid Meier. Sigrid Meischt heisst. Ja, Meischt heisst. Nicht, dass du das falsch verstanden erkennt. So. Ja. Da hast du mir noch so eine Auge gemacht, oder? Ich habe hier einen Nachfüllpack, oder? Und mit dem habe ich... Ich habe letztens noch einen Versuch gemacht, aber ich bin ein bisschen interessiert worden. Da habe ich den Teig klar hart in Milch eingelegt. Und dann habe ich mich interessiert, was sie... Ja, warum? Ah! Ja, Gucki, ich habe sie bereitgestellt. Da ist sie. Ja, danke. Ich habe sie mir eigentlich schon aufgefüllt, oder? Von der Nachfüllbilde für uns. So, jetzt was? So, aber Matt, ja. Gut. Das ist eine klassische Bechamelsochi, nicht? Aber es wird wunderbar. So, jetzt Gucki. Hast du schon ein bisschen Hunger? Ja, logisch. Und was... Wolltest du mal, was ich probiere, oder? Ja. Es gibt eine vegetarische und eine fleischige. Ja, da sehe ich den. Du bist Italiener, ich nehme an, du hättest lieber die Karne, oder? Ja, logisch, streng. Oder Fleisch, oder? Und das Metzger oder so. Ja, das ist ein kleiner Metzger, oder? Ja, das ist ein kleiner Metzger, oder? Ja, das ist ein kleiner vegetarischer Metzger. Ja, also. Vegetarischer Metzger sind selten. Ich will sie jetzt nachher Gicht haben, oder so. Aber ich glaube noch nicht, oder? Hast du sonst alles eingefahren? Gicht hast du noch nicht, oder? Was? Ficht. Was ist das? Ja, das ist schon eine Metzgerkrankheit, wenn du ganz viel Fleisch dörst. Ah, da geht's nicht. Wunderbar. Nein, du... Da wären wir egal. Also Fleisch würde ich nie verzichten. Das hast du vergessen. Nein, wir machen. Du wirst immer... Schon wo es Diabetisch feststeckt werden, wo ich Nährungsberater ging, da gab es mir eine Karte. Ja. Da habe ich Fleisch draus. Dann sagen sie, dass sie gerade vergessen. Ah ja. Fleisch, nein. Fleisch ist sogar gut. Du bist ja der einzige Mensch, wo... Einen Schritt hast du gerade immer sprungen, gell? Du bist von Diabetes 0 auf Diabetes 2 gestiegen. Genau. Genau. Also Fleisch immer noch. Ah ja. Ah ja, gut. Mit dem Level, was ich schon... So, jetzt welchen Mal ist es fertig? Die Tischel fertig? Genau. Ja. Ich meine, du kannst ja nicht erzählen, aber die wurde schon plötzlich... Sicher. Ja. 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 Bis jetzt. Probier mal ein neues. Dankeschön. Ich probiere das. Ja. Ja. Die ist gut. Ja, die nehmen sie. Okay, weiter. Ja. Also, jetzt soll ich den Herd abstellen. Ja. Jetzt geht's mal das Bredecken. Ja. Da bin ich mal gespannt. Welchen nimmst du? Eins, zwei, zwei. Ja, das ist egal. Das ist egal. Also das ist für Saskia. Ja. Ihre berühmte Müsse-Sonne. Ja. Dann nehmen wir die fleischige, gell? Dann bitteschön. Ja. Ich nehme den Schöpfleppel. Ja. Ja. Jetzt kommt das Zählbar. Genau. Jetzt kommt das Zählbar. Jetzt kommt das Zählbar. Genau. Jetzt kommt das Zählbar. Ja. Bitteschön, Mann. Und du willst auch Zählbar? Ja. Gut. Also, das ist fertig, gell? Ja. 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 Ja, bitte. Also, dann nehme ich da. Jetzt kommen die Bauer. Ja, gerade der Bauer. Äh, Jack Bauer. Ja, so gut. Soll ich da mit dem Schöpfleppel schnell... Also, du fängst an, du willst mit dem... Ja, gerade mit der Bolognese, oder? Ja. Mit der Bordäule belegen. Ja. Ja. Ja, Frau Schöpfleppel ist sehr fein. Also, ich höre jetzt eigentlich auch, um die Nacht einfach nur das ganze Ding doch. Das ist ja. Okay. Okay. Dann lege ich einfach hier am Boden aus. Mhm. So. Ja. Dann als nächstes kommt die Maschinengeschichte... Äh, ja. Dann fängst du anders an, oder? Das ist jetzt interessant. Dann fängst du zuerst mit der Platte, oder? Das sind verschiedene Herangehensweisen. Dann fängst du mir einfach an. Ja. Dann fängst du mir einfach die Platte schön... ...innelegen. Ja. Also, jetzt, dann kommen wir uns schon hier. Ja. Er macht es mit Platte. Er macht zuerst, ähm, praktisch Bromessauce und dann die Platte. Saskia macht zuerst Platte und dann... Äh, so, das ist interessant. Jeder macht sie eher anders. Ja, oder? Ist auch interessant. Ja. Ist ja fast interessant, oder? Ist ja fast interessant, oder? Ja. Und jetzt hast du dir wahrscheinlich... ...eine Suche Teile, dass sie da machen passen, oder? Da. Da. Da drunter. Aha. Das muss ich aber so machen. Mhm. Gut. Ja. 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 Das ist ja wirklich... ...säppern. Ich würde mich sagen, wo die Bromessi fahren. Ja? 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 Ja. 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 Okay. Ja. Ich schaff's. Ja. Also, jetzt kommen wir nach, das erst, und als nächstes Sprachemannsauce. Ja. Ja. Ein bisschen. Ja. Und so, schon du gedacht. Ja, es geht auf. Was wir tun? Ja, es geht auf. Warte bis das fertig ist. Also ich muss ja jetzt erst probieren. Du brauchst noch mehr oder ist gut? Nein, ist gut. Jetzt, ob wir schon mal ein Stück ausnehmen. Nein, aber nicht. Ich muss einfach alles schön genießen. Das ist nicht perfekt. Die ist auch gut. Das ist gut. Jetzt hör mal den Of langsam vor jetzt. Auf wie viel? Mal 200. Das schaffen wir. Da tue ich schon bereits ein bisschen... Da tue ich den Käse rein. Was? 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 Okay. Was? Ich war mir. Das ist schon ein bisschen. Ich war mir, wenn ich dich auch ... Das ist schon ein bisschen. Doch... Ich war mir. So, jetzt hast du die Nischung, die wir euch noch zeigen, die haben wir mal gefunden im Mikro, Tex-Max-Cheddar-Reibe-Käse-Mischung, die ist sehr fein, die haben wir schon ein paar Mal verwendet. Ja, ich kann mir auch ein bisschen ziel, das bitte lassen. Die ist wunderbar. Ja, ok. Da, jetzt bischen wir. Ja. So, jetzt kommt die zweite Schicht der Platte praktisch. Ja. So, oder? Hm. Der Kampf um die Bechamel-Sauce. Genau. Haben wir gehört, oder? Ja, das kann ich immer noch machen. Ja, aber noch machen wir. Mhm. Jetzt, ich brauche noch ein bisschen mehr Bechamel-Sauce, weil sie vor allem nicht das hat, oder? Ja, das ist klar. Ja. So. Das sieht sehr gut aus. Ja, ja. Sie müssen jetzt einfach lassen ein Kruch, oder ein Kruch in einen Kruch. Sehr gut. Meine Freunde, wie lange muss ich noch einmal offen? Schon, äh... Ja, ja, ja. Eine Stunde, ich weiß sicher. Eine Stunde? Ja. Also Montanilla, das Bruch, das Essen geht. Eine Stunde, ein gut Ding, wie wir alle haben. Gut, ja. Alle Zeit, wo wir sind. Wir haben zuschauen noch nicht, das Dreck aus der Zeit. Ja. Jetzt machen wir den Käse, gell? Ja, ich mache den Käse. Ja. Ja. Ja, das ist so schön. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, doch, danke. So, jetzt wollen wir mal schnell mit dem Buckei. Oberauf nehme ich auch noch mal Käse, oder? Ja, ordentlich Käse. Ordentlich? Ja. Kannst du das machen? Kannst du. Wenn, jetzt? Jetzt, dann gerade. Kannst du noch ein bisschen dazu machen? Nein, kannst du dazu machen. Ich glaube, ich kann es dir aber nicht mehr nachmachen. Ja, und äh, ich habe eine ziemlich lastige Leuch. Ich habe recht viel Flüssigkeit. So. Gut. So, jetzt ich, oder? Rechte Käse, oder? Ja, ja. Schauen wir mal, wie viel es hat. Also, ja, ja. Ich habe vorher schon ein Knast, aber der ist wirklich fein. Also, das ist eine Mischung. Da ist alles, ich weiß noch mal vor, was alles dabei ist. Das ist richtig gut. So. Also, mehr? Alles dicke. Auch die wirklich dicke. Du musst keine Käse, oder? Ja. Doch, das stimmt. Ein anderer Käse. Aber machen leer ist gut. Nein, das ist der andere Käse, oder? Ja. Ja. Und für eine gute. Ja. 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 Okay. Ja. Also, der Käse passt eben nicht wirklich zu, äh, zu Fleisch. Das ist so wie wir teilen. Oder das Gemüse. Und dann ist die eigentlich offen fertig, ja? Gut, hier ist fertig. Und eben als Abschluss tu ich da noch ein wenig Pfeffer, oder? Ja. Ja. Der Almat. So, dann wäre die Ecke weg, gell? Ausgraben, die rausgeht. Hey, ich bin gespannt, dass du siehst. So, was soll ich schon mal hier tun? Dann wirst du schon warten, bis du zwei Mal durchspannst. Ja, eigentlich können wir auch schon mal hier. Dann können die anderen... Ja, ja. Jetzt die Frage, oder? Also auf schwarze Blech, oder? Ja, das ist schwierig. Ich weiß, dass ich gerade raus erwarte. Ja, ja. Ich brauche ja nicht zwei gleich drin. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist ja klar. Und der, aber Eisshütter, oder? Ja. Und wie letztes Mal, wenn ich mich auch vor der Zeit verbrannt habe, dann reiss ich da. So. Was hält die noch? Ja, das ist die Kuchen schon mal. So, genau. Also, gib... Du mal schnell wach. Ja. Ja. Reihung. Du musst dich mal rein. Ja. Du musst dich nachher wechseln, oder? Ja, nein. Ich tue jetzt noch das andere drin. Reih. Mhm. Ah, super. Schön, ja? Ja. Also, eins wie... So. Ich bin jetzt nirgendwo. Lange mit der anderen Ding. Das gesehen worden? Ja, das ist ja kommen. Wurschein gestoppt. Schau, das stimmt. Lange mit der Hand. Er stürzt. Es reicht. Wunderbar. So. Jetzt zack, oder? Wolle nach Grad, dass wir Uhr heizen, dann sage ich etwa eine Stunde, oder? Dann können wir so um halb neun essen, dann sehen wir es nachher wieder. Also, bis später. Bis später. Ciao. So, jetzt kommt etwas Wichtiges und zwar wechseln wir die Lasagne. Die obere hat jetzt ein bisschen mehr Oberhitze bekommen, die untere weniger, oder? Jetzt hast du die eine hier aufstellen. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Und das geht, ja. Ich habe so eine Masse Lümpen genommen. Ja, das ist es. Du hast gelernt aus deinen Verbrennungen, du bist ein gebranntes Kind. Ja, so verbrennt bin ich jetzt auch noch. Ich habe nicht gesagt verbrennt, ich habe gesagt gebrannt. Gewählt, ausgedrückt. Einmal zu machen, ok. Jetzt das Uhr, ja. Das sieht auch schon gut aus. Das ist Fleisch. Ja, die tun jetzt zu. Und da ist die Vegetarische. Und das ist Gemüse. Veggie. Veggie, Veggie. Sehr gut, in der Regel fahren. So, das ist ein sehr kurzer Cut eigentlich gesehen. Und dann sehen wir es nachher wieder nach dieser Maus. So, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das ist wie immer das Ende, oder? Das Ende der Geschichte. Der Skilift wurde alt. Er kriegt dir gerade Haare und startet dann bald. Man kann es auch mal kurz sagen. Das ist halt in der Geschichte, der kocht der Mutter. Achtung. Er kriegt dir deine Haare. Ja, ja. Du stirbst auch wieder nicht. So, jetzt mal schau. Du weisst, du hast ja auch geflüchtet, dass du dir Finger verbrennst, oder? Ja. So, das ist deine eigene Lasagne, oder? Das ist meine eigene Lasagne, oder? Das war mit Bolognese. Und jetzt kommt noch die von Saskia, oder? Ja, genau. Sieht nicht schlecht aus. Die ist super. Schau mal. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Also, schau mal. So. Jetzt. Jetzt. Und dann sollen wir mal ein Teller anrichten. Dann kann man bitte mal kurz auf die andere Seite rennen. Wenn die im Gegenlicht sind, sind sie dann richtig gut. Das tun wir mal. Richten durch mit Lied. Jetzt bin ich so verwirrt, weil ich vorher das spiel mir als Lied vom Todlaufen. So. Jetzt zeigen wir mal. Jetzt machen wir ein Teller mit zwei kleinen Stücheln von beiden. Nicht den John Bidens, sondern von beiden. Bitte? Ja. Also, Gemürze. Ja. 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 Könnte eigentlich an meinen Schatz festlegen, oder? Nein, nein. Schon gut. Ja, wir werden es so schnell. Ja. Ich kann langsam Übungen geben. Ja. Ah, ja? Nein, nein. Das ist gut. So. Das ist die Gemüse Variante. So schön. Und jetzt bitte noch die Flaschvariante. Wir wollen noch weiter. Nein, nein. Gleiches. Gleiches. Nein, im gleichen Teller. Nein. Wer will? Nein. Nein. Wieder vom Baden gehen. Zum Bullion. Und nicht. Wolltest du es anders machen? Ja. Eben, das tut das Fleisch. Das hast du alles. Ja, aber wieso machst du nicht alles miteinander? Beide kommen doch vor allem in einem Stückchen rein. Oder willst du es anders? Ja, können wir auch. Ja, ja. Also. Dann haben wir den gerne abgemacht. Krass. So. Gut. Ja, klar. Ja. So. Und hier, wo halt noch Gemüse, wenn wir dann auch. Ich weiß schnell. Beides. So. Der sieht auch wunderbar aus. Das wäre das Teller von Today. Cuisine. Jetzt wisst du. Der hast du ja auch mitgemacht. So. Jetzt waren die beiden Köcher heute der Präsentator gewesen. Und dann sehen wir uns bei der Kochshow 102. Dann morgen wieder. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss. Und alle drei. Ciao.